Hallo, ich bin Olaf von Team Expecting with the Rent und jetzt zeige ich, wie ein All-Arounder wird eingesetzt in eine Attica-Wohnung mit nur Balkontür oder könnte auch eine normale Tür sein. Aber ich zeige, wie der All-Arounder kann drinnen und draußen aufgestellt werden. In diesem Fall, weil wir haben eine Balkontür, die sind sehr groß, so wenn man braucht ein Fensterkit, man braucht ein übergrößtes Fensterkit, normalerweise 600 mm Umfang. Aber wir bringen einfach den All-Arounder an, wir tun einfach an die Tür hier und weil man sozusagen den Tür nicht blockieren möchte, weil man nutzt den immer einen aus, dann kann man den einfach hier anrollen, dann die Maschine einfach anmachen, immer die Funktion von Klima, wo eine kleine Schneeflocke dann blickt sozusagen, die Maschine an die Tür anbringen und den Schlauch sozusagen leicht einklemmen nach außen. Und dann kann man immer noch rein und raus gehen aus den Türen.